Unser Platz ist leider in der zweiten Reihe, aber im Nachhinein haben wir festgestellt, dass es da in der zweiten Reihe besser ist, weil wir ein bisschen mehr Schatten haben. Hier vorne in der ersten Reihe ist nämlich kein Schatten. Ja, ein bisschen Luft einziehen, jetzt langsam wieder ausatmen. So, unsere Nachbarn reisen wieder ab, die haben die Nase voll von der Sonne, die wollen jetzt wieder in den kühlen Norden, in Schworbenland. Ja, du Feigling, ich brauche deine heiße Hose. Meine Intimsphäre gibt niemanden. Aber der Film ist doch für mich. Ja, für dich. Das ist toll. Was machst du heute? Ich mache jetzt eine Rollertour. So, gut. Dann rollen wir mal los. Wir machen heute einen Ausflug nach Punat. Punat liegt an einem kleinen Binnenmeer mit Zugang zum Mittelmeer, zur Adria und hat auf der Innenseite praktisch eine Insel, wo ein Kloster drauf ist. Weiss. Scheisse. Ja, gewicht besser, ja zuwider bis besser. Du kannst nicht mehr so wagen. Okay, mehr ist nicht mehr. Würdest du behaupten, dass ich zu viel wiege? Ein bisschen. Ja, es ist dann. Ja, wir sind auf Koschli-Tjun. Also ich habe mich jetzt informiert, die Insel heißt Kosch-Nun und da ist ein Museum drauf, ein Kloster, eine Franziskaner-Insel ist das. Ja, wir bleiben jetzt hier, aber auf 40.01 habe ich jemanden lieber. Okay, ja. Okay. Wir sind jetzt im Museum vom Kloster. Ja. 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 Ein Lamm mit einem Auge, ein neugeborenes Lamm mit zwei Köpfen. Ein Lamm mit einem Auge. Ein Lamm mit einem Auge. Ein Lamm mit einem Auge, ein Lamm mit einem Auge. Ein Lamm mit einem Auge, ein Lamm mit einem Auge. Ein Lamm mit einem Auge, ein Lamm mit einem Auge. Ein Lamm mit einem Auge. Ein Lamm mit einem Auge. Ein Lamm mit einem Auge, ein Lamm mit einem Auge. 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 Die erste Startung ist korrekt. Das ist richtig. Ja. Und er hat sich zurückgezogen? Ja. Sie kommen hier. Ja, das ist ein Teufel. Ja. 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 Ich habe eine Fotos gemacht. Ja, ja. Sie haben Zoom. Ah, sie kam. 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 Ja, ja. Louis friert. Louis friert, ja. Da hab ich jetzt mal mein nasses T-Shirt umgehängt. Und das war immer zu kalt. War schön? Ja. Super. War es schön drauf? Ja, ich denke. Toll. Wir sind jetzt schon eine Stunde unterwegs. 20 Seemeilen hinter uns. Minimum. Und der Käpt'n guckt jetzt, wo wir überhaupt hin müssen. Wir haben keine Kompasse an Bord. Kein Kompass, kein Wasser, kein Proviant. Wir sind ganz abgeschnitten von der Welt. Ah, hier ist richtig so ein Einschnitt im Felsen. Da ist Ohrge. Ich weiß, dass wir das dann einen Bord des Kompass haben. Hier ist der Ohrge. Das ist der Ohrge. Das ist der Ohrge. Der Ohrge. Das ist der Ohrge. Die Ohrge. Die Ohrge. Das ist der Ohrge. Der Ohrge. Das ist der Ohrge. Das ist das. Das ist der Ohrge. Damit du dich auch mal auf dem Film siehst mit deinem Boot. Der Uwe liegt hier faul auf dem Boot und lässt sich die Sonne auf den Bauch scheinen. Und da ist das Strand. Oh, hier ist schon schön tief. Ja, ja. Wenn du wieder drauf drückst, geht er aus. Unser Käpt'n muss erstmal das Boot reparieren und den Motor instand setzen. Wir haben jetzt erstmal Wasser gelenzt. Aber ist alles in Ordnung. So, das haben wir schön gemacht. Wieder alles in Ordnung, Käpt'n? Alles in Ordnung. Gut. Aber das Wasser ist das aus und das Petrol auch. Ach, dann müssen wir jetzt rudern. Wo sind die Ruder? Ja. Im Caravan? Ah, da. Die Paddel. Jetzt geht's los. Ja, lolol, juhu. Das ist ja wie in Venedig hier. Wir haben noch einen Reservetank. 80 Liter. Kein Problem. Oh, herrlich. Jetzt, das ist Carabasca? Starabasca. Starabasca. Tauchbausis. Ja. Wenn wir noch eine Flasche mitnehmen sollen. Zum Auffüllen. Und wir haben nichts mit uns, anders könnten wir einen schönen Kaffee trinken. Wir haben leider unser Geld vergessen. Vielleicht können wir ja was verkaufen. Äh, ja. Zwei Zigaretten oder drei Zigaretten. So, hier ist der Campingplatz von Starabasca. Aber das Strand ist viel schöner bei uns da, nicht? Ja. Nicht so die großen Steine. Großen. So, der Käpt'n muss ins Wasser. Das ist Pech. Ja, ja. Weltumschwimmern. Ja, ja. Weltumsegelung hin. Hätte ich vorhin gesagt. Um Schwimming. Ist das so kalt? Das ist kalt. Ja. Man kann sich auch anstellen, ne? Ja? Ja. Mit? Anstellen. Nein, nein, nein. Das ist kalt. Ja. Ich geh auch gleich baden. Hä? Ich geh gleich baden. Ja. Jetzt haben wir einen Ausflug gemacht zur Brücke, die von Krieg zum Festland geht. Und die fängt hier vorne an. Da wollen wir mal gucken, ob wir da zu Fuß hingehen können. Denn wenn wir mit dem Roller hinfahren, müssen wir wahrscheinlich erstmal bezahlen und ganz rüberfahren. Ja, da drüben liegt die Jäger. Aber gegenüber von der Brücke liegt der Opaccia, ne? Nee. Pascha. Ach so. Wir müssen gleich mal gucken, wie der liegt da. Läger und da ist der Opaccia. Ja. 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 Musik 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 Die Brücke nach Glück vom Festland aus Musik 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 Jetzt sind wir zu einer anderen Stelle gefahren und haben jetzt einen Blick auf beide Brücken. In der Mitte laufen sie über eine kleine Insel. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt fahren wir über die Brücke... ...nach Krik Vinitscha. Wir verlassen Krik! Wir fahren jetzt nach Hiti Vitscha. Ja, nach Hiti Vitscha, zum Nationalpark. Und da vorne fährt Louis. Ja, Louis und Carol. Das ist eine wunderschöne Landschaft. Das ist wunderschön. Man kann nur gucken, gucken, gucken. Mal wieder zurück. Wir müssen nämlich jetzt bezahlen. Bezahlen. Die Hohnberger haben wir jetzt hinter uns gelassen. Wir fahren jetzt hier ins Tal. Doch, das kommt zum auch rausschneiden. Wir machen Rast. Die Häuser, es gibt noch Häuser, da sieht man noch die Einschüsse komplett. Jetzt haben wir die Hände in der einen Zeitungen. Die Hände in der Zeit haben, bis zum einen Moment. Um hier zur Szene. Die Hände in der Zeit. Die Hände in der Zeit haben wir den Wind. Ich erzähle dir gerade die Storge und die Fenster. Ja, ich muss auf deine Hilfe beschicken. Oh, es ist wunderschön. Ja, da müssen wir runter. Wir fangen jetzt in das Tal. Oh, ja, wir müssen ja auch erst fahren. Kommt ein Lkw von vorn. Was macht der denn? Der kommt durch. Die Straße ist breit genug. Heute Morgen machen wir einen Ausflug in die Seenlandschaft Plietwitzer Nationalpark. Hier sind wir jetzt am Eingang und wir fahren jetzt mit dem Bus diese Strecke hoch. Bis zu dem Punkt. Und dann gehen wir hier am See entlang. Und fahren dann mit dem Schiff zu dem Punkt. Wir suchen da die Wasserfälle. Und gehen dann ein kleines Stück bis zum Bus. Und fahren dann wieder zurück zum Haupteingang. Das ist acht Stumpfen Tour. Hier holen wir unser Ticket. Hier ist der Eingang. Die ist dicht. Die ist nicht so nahe dran. f�� Ha, 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 ha. Was gibt? Dat istzugehen. Was hat er gesagt? Falsches Bild. Viel Spaß! So, jetzt warten wir auf den Bus. Der bringt uns dann fünf, sechs Kilometer oberhalb ins Gebirge rein. Und von da aus gehen wir dann zu Fuß zurück. Unten? Ja, 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 auf jeden Fall. Wir gehen unten am Wasser, nicht oben. Du könntest natürlich von oben besser sehen, ne? Aber ich denke, dass es unten schöner ist. Hier kommt es. Komm her! Ja, ja. Wir können das Ganze fahren. Es ist ein Mann, der kann es fahren. Wir können das hier fahren. Wir müssen das hier fahren, ne? Ja, wir müssen das hier fahren. Wir wollen das hier fahren. Ist das wieder in der Campsite? Und dann können wir es morgen wieder benutzen? Ja. 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 Wir müssen das hier fahren. Sehr gut. Es ist. Ja. Das ist ein Land. Es ist ein Land. Ja. Es ist ein Land. Ja. Wir wollen das hier fahren. So. Wir sind jetzt oben angekommen. Und werden jetzt loswandern. Die frische Kvart hier. Wir sind oben schön. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020